Junge, der ist ein Admir-Po-Po. Man sieht, wie Lukas heute um sein Leben schwimmt. Nooooooo! Oh mein Gott! Was geht das? Nooooooo! Oh was? Der Hyper-Merch. Verfügbar ab 18.07. um 14 Uhr auf der-merch.de. Streng limitiert auf 3000 Stück. Gebe gerne Creator-Code Lukas im Shop ein. Im Juli werde ich jeden Tag 25€-Items oder Google Play an einen Gewinner verlosen. Einfach einen Kauf mit Gems eben aufnehmen und in die Instagram-Story packen, um teilzunehmen. Dort wird auch immer der Gewinner bekannt gegeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir haben heute einfach mal insgesamt 10 Face-Cams im Bild, wenn alles funktioniert hat. Moin Moin an alle, die hier dabei sind. Hallo! 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 Auf jeden Fall Leute, ihr seht schon, wer ist zum einen dabei. Zum Beispiel der Tobi, der Clash Games, Pookie, Topnecks, Spy Reapers, Big Spin, Atom Burger, CC Landy und Ooyonas. Moin Moin. Also wie gesagt, alle sind hier am Start Leute. Wir machen heute ein YouTuber-Turnier. Und zwar machen wir insgesamt 5 Showdown-Games. Und immer der letzte bekommt quasi einen Punkt und der erste bekommt 10 Punkte. Das heißt, es ist immer so ein Punkt weniger, wenn man einen Platz weniger schafft quasi. Und dann wird sich eben herausstellen Leute, wer wird das Ganze gewinnen und sich die 2000-Games-Preisgeld absahnen. Die sind von mir gesponsert Leute, das heißt, gebt auf jeden Fall alles. Alles in der Beschreibung verlinkt Leute, checkt auf jeden Fall alle ab und schreibt jetzt mal in die Kommentare, was glaubt ihr, wer wird gewinnen. Lass ein Like da und Kevin, was ist heute eigentlich noch am Start, ne? Ich zeig schon die ganze Zeit in die Kamera. Leute, heute um 14 Uhr ist es soweit. Der Hyper-Merch kommt endlich raus. Ab 14 Uhr erhältlich auf damage.de. Limitiert auf 3000 Stück. Und Alter, was gibt es dazu? Zum einen so ein nice T-Shirt erhältlich in jeder Farbe und Größe. Dann einen Danita Plüsch-Pair als Glücksbringer für unterwegs. Danach eine Hans-Signiert-Autogramm-Card unterschrieben von Lukas und mir, auch am Start. Und hier auch noch drei Sticker, Freunde, auch mit dem Hyper-Merch-Logo, auch sehr nice, kann man überall hinkleben. Und zu guter Letzt dann auch noch ein Metall-Schlüsselanhänger. Und auf der Rückseite ist dann auch nochmal meine und auch Lukas-Unterschrift eingraviert. Also gönnt euch auf jeden Fall, seid schnell. Heute um 14 Uhr ist das Ganze erhältlich. Der Merch.de. Okay, dann würde ich sagen, Jungs, wir können einfach mal mit der ersten Runde starten. Die darf sich einfach mal der Jonas aussuchen. Einfach random. Die Höhle. Die Höhle. Was? Oh mein Gott. Ich bin da zwei gewonnen. Ich bin die nice. Ich will dich nur daran erinnern, Jonas, dass es zum Preisgeld geht. Ja, ich gebe dir nichts. Du bist da ein schnell. Oh mein Gott. Geil, Junge. Jonas hat auf jeden Fall Motivation und will ja alles rausheißen. Einfach positiv denken. Ja, deswegen kann ich mir sowas erlauben. Da kann man mal ein bester Fan haben in der Höhle. Oh mein Gott, Freunde, let's go. So, ich gebe auf jeden Fall alles, Leute. Ja, ich gebe immer alles, wenn es um Geld geht, natürlich. Aha. Vielleicht gewinne ich es ja auch selbst. So. Ja, wer auf jeden Fall will, dann musst du gar nichts bezahlen. Genau, Freunde. LoL. Oh mein Gott. LoL, Alter. Neu. Das ist insgesamt ganz gut für die anderen vielleicht. Was ist denn mit dir? Hä, als ob wir jetzt hier alle Shelly haben. Hä, what is going? Why you have Shelly? Why this? Ja, das frage ich mich aber auch hier. Nein. Junge, da hat noch jemand Shelly. Hä? Als ob alle Shelly haben. Junge. Nein. Hä, was? Wie? Hä, was macht ihr denn? Junge. Was habt ihr denn für Brawler alle genommen? Jawohl. Hä? Warte mal, Luca, hattest du gerade die Biene? Ja, Junge. Ich hab's. Junge. Einfach Bi auf der Hölle, nö. Dinger, was ist denn mit euch? Ich hab's sogar Kills gemacht. Hä, Junge. Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter. Hä? Okay, okay, okay. Junge, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Lukas, wenigstens bist du auf Ehre hier auch mit Bo reingegangen. Aha, hast du mich also gesehen, oder was? Ja, ja, ich hab's hier gesehen. Ah, ja. Okay, Kevin. Hm, okay, ich lebe noch vier. Das wird jetzt ein bisschen Krampf hier. Ah, was? Nein. Was machst du, Kevin? Da kam, da war auf einmal ein Bo. Wer war das? Ach, das war Jonas. Junge, ich hab total verwirrt. Ja, aber warte mal, lebt es doch eine Shelly, oder wie ist das? Ja, wer lebt denn überhaupt noch? Ja, Jonas. Ja, wer lebt denn? Landi wahrscheinlich, oder so. Nee, nee, ich bin halt. Oh nein. Oh nein. Hä? Wer lebt denn? Big Spin? Nein. Du wurdest von demjenigen getötet, der irgendwo kämpft. Jonas und Lukas. Ja, ja. Ja, die sehe ich auch. Aber wer ist denn noch da? Und ich auch! Was? Was? Ja, moin. Bitte nicht. Junge, der hat Turmburger. Ja, ja. Ja, das ist so anzuderscheinend, wenn du von dem kippst. Oh, ja. Ja, let's go. Oh. Oh. Wahrscheinlich auch nicht hin. Oh, Lukas. Bitte. Oh. Ja, ja. Ja. Let's go. Passage machen. Oh, Gott. Oh, Junge. So, die dunkle P-Leute. Man kennt sie auf jeden Fall. Das war die dann ein richtiger Krampf, Alter. Oh, Junge, ey. Jetzt ist die Biene gut. Sag's noch lauter. Ich bin gespannt, wer jetzt wirklich eine Biene nimmt. Bin gespannt, Leute. Weil die Biene werde ich zuerst töten. Ich weiß wieder, was Kevin nimmt und so. Nein, nein. Diesmal nicht. Ich glaube, Shelly. Aha, okay. Interessant, Kevin. Hallo, Lolo, Lukas. Hallo, Lolo, Lukas. Lolo, Lukas. Nein, nicht die. Leute, ich brauche es. Schön mit ihr, Junge. Mann. Boah, Junge, Tobi, ey. Ich mache es ja richtig auf. Ey, diese 1HP immer ist doch so. Lukas, ey, mach mal jetzt nicht so, Junge. Apofial, Alter. Junge, es ist jetzt nicht auf der Ernst, oder? Ah, ey. Ja. Oh, Lukas, moin, moin. Was geht's? Lolo, Lolo, Lolo. Lukas, geh weg. Wo ist denn hier noch hier? Ich schiefe nur Ekel auf mich, ne? Ich gehe alle 3 auf mich. Alter. Ich bin raus, Junge. Oh. Nein. Nein. Let's go. Oh mein Gott, nein. Oh, Junge. Alter. Nein, ich bin so dumm, Alter. Alter. Hast du dich in Tobi reingeportet? Nee. Oh mein Gott, das war ein richtiger Krampf, Digga. Das war. Eieieieieiei. Hahaha. Wenn jetzt hier noch jemand ist, dann weine ich wirklich. Sei von Chem. Oh. Guter Pick. Guter Pickreißvergleich. Ach, Landi, Mensch. Ja, ich hab ja... Was ist das? LOL. Uff. Oh mein Gott. Alter, was? Drei Brocks? Wollt ihr mich eigentlich komplett... Nein, hallo? Ey, was ist das? Wie sagt jeder Brock mit so? Junge, die 3 Pros, die wieder mit Brock auf den Kampf starten. Unfassbar. Immer diese blöden Brocks, ey. Ist so. Aber... Oh mein Gott. Oh, Tobi. Ich hab's mies aus für mich. Nein. Oh mein Gott. Oh. 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 Weißvergleich hat Brock. Okay, ich gehen. Ja, Landi, woher zu der Spin. Ich muss hier mit, Leute. Reißvergleich hat Brock. Ja, ich hab gegessen. Oh. Nein, ich hab nicht gegessen. Das machen wir hier. Oh. Alter, Junge. Was ist das für ein Five-Hort? Ich bin des Movements. Ja. Krass. Junge. Weck auf vier, Alter. Ach, du. Eile, Alter. Juhlge. Krass. krank digga das war ja das muss ich echt sagen okay aber ganz ehrlich ich finde diese random apps sind einfacher im endeffekt weil gegen drei blocks ist schwieriger am ende einfacher mit shelly lucas du müsstest dir eigentlich mal die haare so rot färben wie dein probierbild ja wahrscheinlich nächste runde das kann doch nicht wahr sein nein tobi bitte bitte ich habe familien zu hause danke lucas ehre ja was soll das wieder hallo ja ich habe mir mal gedacht das ist ein guter pick ja hauptsache ich steppe jetzt leute nein nein mach doch keine auge jonas kugel ist das eine piper was ist das denn nein 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 kevin moin meiste na Junge mein mein deinem weg ist lit Oh mein Gott, Siko. Was schiebst du schon wieder für Filme? Nein! Oh mein Gott, Digga. Ich muss zu flüchten. Ehre. Tatsächlich gerade Kevin. Pockiii! Hallo! Oh, Ehre! Asozial. Oh mein Gott, Mann. Überall. Nein, Shelly auch! Ich bin Deine Mike. Jürgen, als ob du mit Deine Mike gewinnst, oder was? Ich hab's gecallt. Alter, ETF. Ja, Shelly muss raus. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Kevin? Ich will jetzt einiges sehen hier. Oh mein Gott. Wo bist du denn, Junge? Kevin, wenn du gegen Deine Mike verlierst. Ja. Das darfst du nicht, Kevin. Ich spiel keinen Powerflare mehr mit dir. Ey, mach kein Auge, Bruder! Wo ist er denn? Ach! Nein! Oh, okay. Ja gut, das musstest du auch wollen, Kevin. So. Der letzte war wieder der Atomburger. Welche Map willst du spielen? Uff. Also, ich finde alles oder nix, finde ich sehr, sehr sympathisch. Oh mein Gott! Ja, okay, let's go. Okay, okay. LOL! Okay, Atomburger bekommen wir auch. Und, let's go. Kevin? Big Spin, wollen wir jetzt hier tanzen, oder was? Okay, lass uns bitte auf Bruderbasis einfach teilen, okay? Okay, okay. Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Junge! Ja! Ey, asozial, Alter! Ich hab mich umsonst die 31 auf die PSG drauf. Ey, 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 ey! Ey, ey, mach kein Auge! Du hast wirklich die 31 bekommen. Ey, Mann! Ja, hab ich. Ey, Mann! Junge, ich dachte so, nein, Digger, ich hab nicht die 31 bekommen, zum Glück. Ich hab dein Video gesehen, du sagst hauptsache nicht die 31. Ja. Ey, ey, fuck! Bitte, nicht, bitte. Junge, es ist eskaliert komplett, Junge. Junge, es eskaliert komplett, Junge. Ich wurde auch schon wieder gezentwiched, ey. Ey, Tobi, Alter! Oh, du Kek, Junge! Nee! Junge, keiner hat nach dir gefragt! Echt! Nein! Oh! Oh, 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 Alter! Mann, ey! Oh, Landi! Oh, scheiße! Junge, er spielt schon wieder Brock, Alter! Ey, Landi, Mann! Du Schiener Brock! Alter, Junge, was geht jetzt ab? Eih, 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 Eih! Ey, ich muss ran, ne? Ja, du frei, Hade! Preis ist teuer! Oh, mein Gott! deswegen muss ich die Hohen erneuern der Normale sich nicht auf jeden Fall ich bin und Lukas das sieht nicht so gut aus wie das in der Nähe ist aber auch noch Oha! Clever! Hallo! Oh my god, Digga! Man sieht, wie Lukas heute um sein Leben schwimmt! Oh my god! Mach kein Auge! Mann, Mann, Mann! Das war der Chinamann Brock! Das war's! GG! Okay, dann haben wir, glaube ich, noch eine Runde, ne? Das heißt, Clash Games, darfst du hier die nächsten Mal noch mal auswählen. Machen wir mal Clash-Kolosseum. Ah, okay, ja, das war obvious. Ich hab einen Geheimdienst. Ich auch, Tobi. Tobi, wenn wir jetzt den gleichen haben, dann cool. Dann kommentiert Hashtag cool. Nice, okay. Let's go! Noll! Junge Pookie! Der spielt einfach Mortis! Oh, oh, oh mein Gott! Ja, das ist krass! OP-Pick! Ey! Maschine! Kappa! Geh weg, Tobi! Geh du weg mit einem... Mann, Kevin! Jetzt lass mich einfach meine Cubes hier sammeln! Hallo, ich wär auch Cubes! Geh weg! Das sind meine Cubes! Bitter! Flare Cubes! LOL! Was geht denn? Was?! 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 Junge! Ja, Free Cubes, Alter! Mann, los, los! Ey, Junge, du hast doch so schön gegen die Bank gedasht, Fuki, Alter! Gib mir auch Free Cubes! Oh Mann, Alter! Ich hasse euch! Das sollten wir nicht machen sollen, Fuki! Geh weg! Warum haben wir das gemacht? Ich weiß nicht! Ja, du hast auf die Cubes gegeiert, einfach! Nö, du hast auf die Cubes gegeiert! Das tue ja nicht so! Ja, du kannst mit Mordes nicht zwei Kisten beantworten, das geht nicht! Tobi, Tobi, ne? Du gehst mir so am Hintern! Ja, sorry, Bruder! Aber Ehre Atomax für die Brawlerwahl hier! Ja, ja! Oh! Ohne hier! Ohne hier! Oh! Alter! Nice! Junge, Alter, als wär hinter mir! Du bist so richtig gegangen die ganze Runde, ich fass es nicht! Junge, ich hab einen am Hintern die ganze Zeit! Ja, aber Anfang nicht! Ja! Ja! Ja, lass mich in Frieden, Alter! Oh, Mann! Ah, geil! Ey! Das kann doch nicht sein! Ey! Ey! Gute Laune! Ja, komm! Junge, ich glaub, Lani holt sich hier nen Honi ab! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ja, gut! Ich bin die da unten! Hallo, Alman, Michael! Oh, komm, Alter, Max! Hol das Ding! Mit der Niete auf ihre! Junge, Lani bewegt sich einfach gar nicht! Oh, mein Gott! Oh, Alter! Ja, Mann! Oh, mein Gott! Ich glaub, da kriegt jemand jetzt demnächst ne dicke Doni! Don't break the pump! Alter, Lani hat auf jeden Fall ordentlich krasiert! Äh, ich würde sagen, wir rechnen trotzdem nochmal zusammen, Freunde, und dann gibt's gleich die Auflösung! Okay, Freunde, also, wir kommen jetzt zur Auflösung! Auf Platz Nummer 10 ist bei Reapers Luca, herzlichen Glückwunsch! War auf jeden Fall Stadion auf der Videobehörde, ne? Dann haben wir auf Platz 9, wenn ich sie richtig sehe, Hopnex tatsächlich, 20 Punkten, genau! Dann haben wir auf Platz 7 bzw. 8 Pukchen Kevin, bei den 22 Punkten! Ah, ja! Stadion, Bruder! Dann auf Platz 26 Punkten, also auch sehr knapp, dann kommt, glaub ich, direkt Jonas, der ist auf Platz 5, auf Platz 4 ist dann Big Spin, dann bin ich sogar auf Platz, ach, 3? 3! Ah, okay, passt! Und auf Platz 2 ist Tobi auf Platz 1 dann doch mit nem ziemlich großen Abstand Landi, auf jeden Fall Glückwunsch Landi, ne? Danke, danke! Das reicht für, vielleicht, keine Ahnung, 50 Kilo Reis circa! Ja, auf jeden Fall! Okay, Leute, also, checkt auf jeden Fall alle nochmal ab, lasst ein Like da und schreibt, habt ihr richtig getippt, wer gewinnt! Ich würde sagen, gönnt euch unbedingt den Merch, Leute, solange er noch verfügbar ist, und bis dann! Ciao, ciao! 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 Ciao!